Herzlich willkommen zum Lernfeld 4 in dieser Woche. Wir wollen uns heute mit Vektordaten befassen und dazu ein paar grundlegende Anmerkungen. Wie sich sicher erinnern, können wir alle Aufgaben, die ein Geoinformationsthema hat und die wir auch haben, mit dem Merkwort EFAB uns in Erinnerung rufen. Das ist also die Erfassung, Verwaltung, Analyse und Präsentation von Geodaten. Die Erfassung Lernfeld 2 und 3, Verwaltung machen wir natürlich immer und überall, aber vor allem im Lernfeld 5, Präsentationen werden wir vor allem im Lernfeld 6 behandeln und die Analyse in Lernfeld 7, aber auch in Lernfeld 4. Natürlich haben wir im Lernfeld 4 alle diese Teile zu bedenken und das werden wir gleich auch nochmal sehen, wo die in einem allgemeinen GIS-Arbeitsablauf ihren Platz haben und wie die zusammenhängen. Das ist das, worum dieses einleitende Video hier gehen soll, bevor wir uns im Detail mit der Vektordatenanalyse und dann in der Folge mit Rastedatenanalyse befassen. Wir wollen reden heute über den allgemeinen Ablauf einer GIS-Analyse. Wie ist die so gedacht? Wie funktioniert die so? Grundsätzlich ist es so, wir haben eine Fragestellung über die Realität. Wir fragen uns also irgendetwas über den Planeten bzw. die Planetenoberfläche. Deswegen diese Abbildung. Die Erde und die Erdoberfläche und die Objekte darauf, die uns interessieren und Phänomene, die müssen wir erstmal messen oder aufnehmen. Da als Sinnbild Luftbilder, Luftbildbefliegung mit Versatz oder ein Tachymeter bzw. eine Totalstation. Andere Dinge sind möglich. Satellitenbilder, direkte Aufnahme, digitalisieren von Karten. All das kann uns ein georeferenziertes Bild der Erdoberfläche vermitteln. Diese Daten müssen dann in einen allgemeinen Raumbezug gesetzt werden. Also wir haben dort Satellitenbilder oder Luftbilder, Beflügelungsdaten. Wir haben einzelne Messungen in unserem Messbuch oder im digitalen Messbuch. Und die bringen wir alle in einen allgemeinen Raumbezug, sodass sie zum ganzen Rest der Erde passen. Mit geodätischen oder geografischen Koordinaten. Daraus, nachdem wir also aus diesen Erstaufnahmen, die an ein globales Koordinatensystem angehangen haben, haben wir dann verschiedene Datenprodukte. Je nachdem, was für Aufnahmegeräte wir benutzt haben und welche Zwischenschritte noch durchgeführt wurden, haben wir dann also entweder Raster- oder Vektordaten. Oder verwandte Datentypen wie eben Punktwolken oder andere 3D-Daten oder Maschendaten, die eben auf Vektordaten fußen. Und 3D-Daten können auf Rasterdatenformaten oder auf Vektordaten Punktwolken, Formaten, Fußen. Aber die beiden großen, wichtigen, unterschiedlichen Modellierungsarten sind eben Raster- und Vektordaten. Die sind dann verspeichert auf unserer Datenbank oder zumindest auf unserer Festplatte, unserem USB-Stack, unserem Gerät. Und liegen davor mit den Attributen, also die Teile der Realität, die uns interessieren, haben wir sowohl geometrisch als auch attributiv erfasst und die haben wir dort abgelegt. Entweder über Grauwerte, die Attribute oder über eine Datentabelle. Und die werden dann bearbeitet mit verschiedensten Werkzeugen. Da wird gehämmert, gesägt, da wird geschnitten, geschweißt. Und danach kann man sich die angucken und auch währenddessen. Das nennen wir eben Bearbeitung und Analyse. Da erfahren wir also etwas über die Realität. Und zwar über diese verschiedenen Modellierungsschritte. Das bedeutet, wir haben erst eine Aufnahme von Daten, Datenaufnahme. Dann eine allgemeine Umrechnung, die für die allgemeine Modellierung nützlich ist. Und dann haben wir konkrete einzelne Modellschichten. Zumindest wenn wir im normalen GIS-Layer-Modell arbeiten. Die dann uns einen Teil dieser Realität modellieren und zwar als Geodaten. Und diese Geodaten können wir weiterverarbeiten mit verschiedenen Werkzeugen. Und können dann Erkenntnisse erlangen über die Erde, wie sie in dieser Modellwelt sich darstellt. Und wie sie in der Modellwelt sich dann verhalten würde, wenn wir da was ändern. Und die Ergebnisse aus diesen Analysen und den Bearbeitungen, die können wir uns normalerweise in Form einer Karte anschauen. Das ist ein großer Teil der Ergebnissdarstellung. Wir sehen also, wir haben hier von der Messung der Datenverwaltung, der Datenanalyse bis hin zur Präsentation, die Arbeitsschritte, die EFAP-Arbeitsschritte alle abgebildet. Beim normalen Durchlauf einer GIS-Analyse. Natürlich macht man nicht an jeder Dienststelle oder an jedem Tag alles davon. Vieles davon wird arbeitsteilig organisiert. Aber manchmal, bei manchen Projekten, machen wir tatsächlich alles von vorne bis hinten. In den nächsten Wochen interessieren uns aber vor allem diese Schritte, die Bearbeitung und Analyse. Sobald dann das Ergebnis vorliegt, wollen wir natürlich hoffen, ist es ein valides Ergebnis in dem Sinne, dass es uns Erkenntnisse über die Natur der Welt erlangen lässt und dass wir aufgrund dieser Erkenntnisse agieren können als handelnde Menschen und die Erdoberfläche dann entweder nutzen oder weiter verändern können, so wie es uns genehm erscheint. Verzeihung. Wichtig ist, dass wir hier verstehen, an diesem Punkt, dass wir für die verschiedenen Werkstoffe verschiedene Werkzeuge benötigen. So wie wir für Holz andere Bohrermünzen als für Steine, so wie wir für Elektrotechnik andere Werkzeuge benötigen als für Metallbearbeitung. So ist es auch in der GIS-Welt. Die Toolboxen, die existieren, sind spezifisch für Vektordaten, für Rasterdaten oder zum Beispiel für Punktwolken oder noch andere Datentypen, wie zum Beispiel vermaschte Daten oder topologische Daten wie Routing-Graphen. Gut, soviel also zur Einführung. Wir werden uns also in diesem Block vor allem mit Vektordaten befassen und wichtig ist eben zu wissen, dass alles, was wir da machen, nicht genauso, aber in ähnlicher Form auch mit Rasterdaten funktionieren wird und muss. Nur eben mit einem anderen Werkzeugsatz. Und diesen Werkzeugsatz werden wir später kennenlernen, aber als nächstes stelle ich Ihnen Werkzeuge, die grundlegenden Werkzeuge für die Vektordatenverarbeitung in einem Geoinformationstem vor. Herzlichen Dank.